Und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Alien Isolation, wo ich jetzt nochmal neu gestartet habe, diese Folge. Ich hatte sie schon aufgezeichnet, dann hat es ein technisches Problem gegeben. Ich hatte gestern schon Probleme und deswegen fiel sie auch gestern aus, die Folge. Und das Alien ist mir wieder an der Backe. Und mein Ziel ist es, das Alien in der Serverfarm einzusperren. Ja, ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Oh Gott, da kommt das Alien. Und hier ist zu. Geh weg! Bist du jetzt weg? Wo muss ich denn überhaupt hin? Da läuft's. Komm, verpiss dich doch. Geh doch weg! Oh, da unten ist es. Geh doch weg! Komm, geh! Geh, geh, geh! Nein! Nein! Verpiss dich! Hier kommt man nicht durch. Hier kommt man nicht durch. Guten Tag. Wo müssen wir denn hin? Da lang. Wir müssen hier lang. Jetzt kommt der schon wieder! Lass mich doch in Ruhe! Eventually, wir müssen hierverpacken. Wir müssen hier nicht mehr. Wir brauchen etwas mechanics expansiver. Die sind vorher einfach nicht mehr hinterm�aque. Geh weg! Das Problem ist, wenn man das anscheinend zu oft macht, dann wird es immer aggressiver. Hier kann ich gar nichts machen. Hier kann ich gar nichts machen. Mach! Mach! Ich hab auch nicht unendlich Munition. Komm, mach auf! Wo muss ich denn hin? Verpiss dich einfach! Nein! Sehr schön! Feuer mögen sie nicht! Das Problem ist, ich weiß nicht, wie oft ich das machen kann. Irgendwann wahrscheinlich sagt sich das Alien... Geh mir nie auf die Nüsse! Feuer! Interessiert mich nicht! Schneller, komm! Nein! Daneben! Mach auf! Der kommt doch schon wieder! Oh, meine Güte! Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Ich weiß es ja mittlerweile, weil ich hatte es ja schon mal gemacht. Oh! Äh! Moment! Einmal... Äh, äh, äh... Hä? Äh, hä? 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 Beziehungsweise ich habe es schon dreimal gemacht! Nein! 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 Hallo! Alien? Hallo? Oh! Da hinten läuft's! Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Zumindest will ich flüchten. Ricardo, was ist los? Ich brauche mehr Zeit! Wir haben keine Zeit! Mach doch hin! Na komm, mach! Mach doch die Tür auf! Schnell, 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 schnell! Oh! Das hatte ich zum Beispiel in meiner ersten Aufnahme-Session auch total verpeilt, dass ich hier nochmal speichere. Dann bin ich weitergelaufen und, ähm, ja. Egal! Wurscht! Ich mach's doch gern! Hallo! Wo müssen wir denn hin? Ja, wirklich? Wo sind wir? Wo müssen wir lang? Hier lang? Da ist schon wieder das Alien unterwegs. Nein, das ist das Alien! Ja, wirklich? Ja, wirklich? Ja, wirklich? Wir dürfen uns nicht nochmal entkommen lassen. Komm, wer was wolle. Jetzt bin ich gespannt. Ja, genau. Schau nach. Nein, wieso läuft der nicht? Nein, wieso läuft der nicht? Da kommt's Alien. Hahaha! So. Und ich mach mich jetzt mal schnell aus dem Staub. Nein! Ich bin weg! Tschüss! Viel Spaß mit eurem Alien! Hahaha! Wo müssen wir denn lang? Nein! Ich muss doch? Nein! Hahaha! Was? Nein, geh weg! Oh! Was? Komm, schieß mal weiter und dann kommt das Alien zu dir! Na komm! Nein, das Alien kommt da hoch! Aua! Ah! Verdammt! Ah! Wo ist das Alien? Oh Gott! Ich wollte mich nämlich gerade verstecken! Ich wollte mich gerade verstecken! Wo muss ich hin? Komm, schnapp dir den da oben! Schnapp dir doch den da oben! Nein! Nein! Ja! Auf wieder, tschüss! Leute! Ich kann nicht mehr! Gerät unzureichen! Wo muss ich hin? Ah! Leute, wartet mal! Nein! Nein! Jetzt kann ich das nicht bauen! Nein! Ach du lieber Gott! Wer kommt da runter? Ja! 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 Geht da hoch! Oh! Ey Leute! Ich sag's euch! Meine Nerven! Wo muss ich hin? Er geht wieder in den Schacht! Wo muss ich jetzt hin? Ich muss da lang! Nein! Jetzt ist er wieder da! Du siehst mich nicht! Du siehst mich nicht! Du siehst mich nicht! Oh Gott! Leute! Warte mal! Ich brauche einen Edi-Kit! Flammenwerfer! Wohin? Da hoch? Das latscht jetzt hier die ganze Zeit rum! Da kommt's wieder! Wuhu! Wo muss ich denn hin? Komm hier rein! Knopf! Zu! Meine Güte! Leute! Ich kann nicht mehr! Entschuldigung! Ich muss mal eben kurz einen Schluck trinken! Ist mir die Luft weggeblieben! So! Ich bin in Gemini, Waits! Die gesamte Einrichtung muss mit Strom versorgt werden! Es gibt einen Lastenaufzug, den sie nehmen müssen! Aber er ist nicht mehr in Betrieb, seit 6 in Gemini die Gelder gestrichen hat! Super! Was bedeutet jetzt für mich? Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss! Da piepst es schon wieder! Speicher! Speicherpunkt! Und ein Alien! Gefahr ist nah! Ist mir egal! Ah! Ist mir wurscht! Der ist hier irgendwo! Ich muss hier rein! Hallo! Na? Sie sehen ganz schön mitgenommen aus! Hallo! Die sitzt hier einfach rum! Hier rennt ein Alien in der Gegend rum und das stört die gar nicht! Ist auch nicht schlecht! Immer die Ruhe bewahren! Ja, ja! Natürlich! Suchen Sie das Bedienterminal, das Sie für den synthetischen Wärter dargelassen haben! Es ist im Lagerraum direkt vor Ihnen! Und tun Sie es leise! Ach! Leise? Leute! Zischt mich doch nicht so an! Gemini! Gemini! War das nicht irgendein Projekt? Was haben wir denn hier? Geringe Energie! Komm ich rein? Nein! Hier komm ich rein! Uh! Uh! Sexton versucht seit Jahren die gesamte Ausstattung zusammen mit Sebastopol zu verkaufen! Das jetzt wollte es niemand, aber das bedeutet, dass die Sicherheitsvorkehrungen noch intakt sind! Okay! Genug geredet jetzt! Genau! Genug geredet! Uch! Ich bräuchte Flammenwerfer-Munition! Ich hab zwar noch genug, aber... Ich hätte ein bisschen mehr gern! Das sieht ja mal richtig heftig aus hier! Wahnsinn! Schrott! Gut! Leise! Leise! Hallo! Huh! Huch! Nicht gut. Komm, 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 komm. Was haben wir denn hier? Ein Plasma-Schneider. Ja, super. Ob der mich sieht? Ich hoffe es nicht. So. Kamera-Feed aus. Das instabiles System an. Komm ich hier rein. Plasma-Schneider. Na, das geht doch fix. Das geht doch fix. Hebel benutzen. Zack. Und nach unten. Leise. Nicht so laut. Eine Karte. Klack. Ein Schrank. Wahrscheinlich werde ich den gleich brauchen. Oh. Geh weg. Nein, 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 nein. Geh weg, geh weg, geh weg. Geh doch weg. Danke. Meine Güte. Das Alien rumpelt hier schon wieder. In den Schächten rum. Freigegeben. Wartungssysteme. Wartungs-Systeme. Wartungs-Systeme. 8897. 8897. Service-Anfrage. Bitte wählen Sie einen Dienst. Wartungs-Check-Auftrag in Sektor 12 erhalten und bestätigt. Gut. Ein Wartungs-Annoid ist unterwegs. Danke. Guten Tag. Danke. Jetzt nur leise, bitte. Leise, leise, leise rieselt das Alien. Äh, wo muss ich denn hin? Oh, ich muss hier was machen. Okay, Moment. So. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Moment, ausgehen. Oh. Super. Ich werde bestimmt nicht lange alleine bleiben. Da rumpelt schon wieder das Alien durch die Gegend. Oh je, oh je. Was ist das? Notfallüberbrückung? Hallo? Jemand zu Hause? Ich dachte, ich schaue mal vorbei. Und da hinten habe ich einen Speicherpunkt gesehen. Leise. Leise. Die Fahrt ist nah. Ist mir egal. Nein. Nein. Oh, was? Wo? Wie? Warum? Ach, der ist im anderen Raum drüben. Ich halte diese Folge etwas kürzer. Und wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Oder? Oder sterbe ich jetzt? Das werden wir gleich sehen. Tschüss. Ye leiseitsindular. Also geht es. Ich mache hier. Und dann ist das... Wir beneath.